hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge medieval dynasty hier bei mir beim opa mit dem guten ja wie heißt er eigentlich so was ist passiert ich war hier in da ist noch eine mission habe ich ganz vergessen in unika was heißt das bonik ich weiß nicht und habe samen gekauft für den boden und muss jetzt 15 feldparzellen ein 15 fällt ja in der parzelle mit 15 feld haben so jetzt wollte ich mal gucken ob ich die hier unten am wasser anlegen wäre vielleicht gar nicht so übel hier so die ecke was haben wir hier verlorene lieferung naja acht münzen nehmen mit ich habe kaum noch welche das heißt aber auch ich muss mir wieder eine hacke herstellen weil die hatte ich eben verkauft weil ich kein geld hatte holz hacke holz hacke holz hacke ein stamm und fünf stöcke drei stöcke haben wir noch okay ist doch richtig jetzt gucken ob ich die holz hacke habe ich die jetzt verkauft ja ich habe die verkauft weil und ich habe auch gar keine steine hat jetzt tatsächlich das messer auf die 1 gemacht das war aber nicht der plan ich muss jetzt sowieso erstmal pass auf ich muss jetzt zuerst einmal ein messer weglagern und mein ganzes einen inventar ein inventar muss ich erst mal leer machen denn ich habe sehr viel gesund gesundheit ja ist gut und vor allen dingen muss ich was essen ich habe doch hier irgendwo gebratenes fleisch f aber gleich fünf stück f oder hätte ich die können hier essen von hier aus kann ich nicht essen so nochmal zurück breitere wegericht der wiegt nicht viel den behalte ich dünger brauchen wir eigentlich erst später muss ich alles behalten entschuldigung wie mit dem kopf wackel section brauchen wir den ist jetzt egal 100 prozent gebratenes fleisch das hält sich deutlich länger als das normale fleisch interessanterweise so dass halt die vergiftung könnte ich eigentlich rüber schieben mit f kalkstein auch steine stein messer die geben wir später verkaufen muss daran denken dass ich sie mitnehmen stocker hätte ich behalten können wo kommt weg das korn wird behalten ok ecke brauche ich für die hacke fünf stück sollte ich eigentlich noch haben und baumstämme ob ich keine baumstämme hier drin brauche eigentlich nur einen so das heißt ich muss hier einen baum fällen am besten den allererstes muss ich mir wieder eine steinachs bauen das habe natürlich alles weggeräumt was ich dafür brauche besonders gehabt ich brauche zwei steine für die steinachs 2 habe ich gesagt und kann ich jetzt bauen ich hoffe es doch zehn stöcke zehn stöcke natürlich da ich noch fünf braucht für die hacke also hier ist man immer beschäftigt irgendwie stein messer ein axt brauche ich genau mit der axt muss ich einen baum fällen dann kann ich erst die hacke bauen mit der hacke kann ich dann mein feld anlegen und bald ist es winter und ich habe immer noch nichts anzuziehen das ist schon der wahnsinn das spiel jetzt muss das inventar dein axt legen wir auf die eins wieder das stein messer von mir aus wieder auf die sechs so ich muss das feld noch anlegen damit ich das zumindest erreicht habe denn wenn der winter kommt kann ich nichts mehr ansehen jetzt gehen wir runter und ein 15 fällt also drei mal fünf machen wir hierhin gucken ob das geht ich weiß es noch gar nicht und ich weiß auch gar nicht wie das geht das muss ich erst mal gucken tierhaltung Dienstleistung lager häuser gewinnung wie lege ich dir noch mein feld an tierhaltung landwirtschaft hier ist es da plantage obstwollner hopfen das fällt ach gut okay kannst du nicht bauen ist zu dicht an einem anderen dorf okay so drei fünf so fällt an sich das manöverzielle zusammen ach hat er jetzt schon gemacht dünge ein Feld grabe ein Feld um ja okay gut jetzt habe ich es verstanden die holzhacke machen wir dann auf die sieben perfekt die sieben gut ah ist ein klick reicht das ist schon mal gut so das mache ich jetzt kurz und dann melde ich mich wieder okay so jetzt dünge das feld ganz klar Inventar wir müssen das sechschen noch ausrüsten glaube ich das machen wir dann auf die was haben wir noch über die acht okay jetzt haben wir die acht Samen auswählen rechte maustaste fällt oder müssen wir Dünger genau 15 Dünger dünge das feld und jetzt flüge das feld aha er ist gedüngt da wird gepflügt was brauchen wir zum pflügen auf wieder die Hacke bestelle das feld okay das machen wir jetzt jetzt haben wir natürlich viel zu viel Samen gekauft aber es macht jetzt nichts ich werde jetzt von allem was möglich ist es ist ja nicht alles möglich ich kann ja nur ich muss mich jetzt auch beeilen sonst ist es wieder Winter damit das im Frühjahr geerntet werden kann denke ich mal gut ich werde es jetzt noch fertig düngen und dann flügen bis gleich so und die letzten beiden Parzellen jetzt muss ich wieder das Säckchen greifen und Samen auswählen jetzt müssen wir mal gucken was hier noch alles geht das ist unglaublich so Jahreszeit nicht Roggenkorn haben wir Roggen gekauft ne wir haben null Weizen haben wir 15 wir könnten Weizen aber ich hätte lieber die Karotten aber die Karotten der Kohl kann nur Frühling Sommer Sommer Herbst das kann nur Frühling Herbst und also bleibt gar nichts anders über als nur Weizen zu säen geht gar nicht anders gut macht nichts auch das machen wir jetzt wieder Verwaltung der Felder gucken wir später ich will das mal fertig bekommen bevor der Winter anfängt und es gibt tatsächlich neue Quests errichte Gebäude Scheune Nahrungsmittellager Werkstatt wow ok ich mach das jetzt noch fertig so damit hätten wir das alles gesät und es sind mittlerweile ihr seht Scheune Nahrungsmittellager Werkstatt und es ist noch eine Feldscheune freigeschalten worden es ist unglaublich was jetzt hier passiert so das hier wäre jetzt quasi ein Weizenfeld und der wird dann wahrscheinlich im Frühjahr geernt was ja schon mal gut ist ja wir sind sehr dicht hier beim Dorf das ist gut da können wir besser handeln wir haben Wasser Apropos Wasser Essen ich habe vergessen zu essen das ist gar nicht gut äh gebratenes Fleisch oh jei jei äh F oh 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 noch einmal jetzt wird es kritisch jetzt müssen wir aber auf die Jagd gehen wir trinken noch mal was oh guck dir das an wir sind natürlich jetzt hätte ja mal ein Hinweis kommen können ne Leidwegerich Gesundheit ja ist nicht besonders viel aber so den Dung ja den haben wir unnötigerweise mitgenommen jetzt können wir auch den restlichen Samen wegpacken dann nehmen wir den Fliegenpilz hier nochmal mit brauchen wir vielleicht irgendwann mal jetzt muss ich natürlich wieder mich auf die Suche nach Breitwegerich machen und vor allem müssen wir gucken dass wir jagen boah ich brauche ja Fleisch ich kann jetzt nicht alles kaufen das wäre auch ein bisschen doof und ich muss bauen oh man alligene Holzstämme die nehmen wir auf jeden Fall mit im Zweig mit da war noch ein Stein ah Schaufel habe ich gerade keine da na komm auf geht's Essen habe ich hier habe ich Essen drin ja ich muss tatsächlich das ganze Essen jetzt wegfuttern und muss ähm die Jagd gehen hat gar keine Wahl ich habe keine gebratenes Fleisch muss ich komplett rüber nehmen und komplett essen sonst habe ich gleich ein Problem so jetzt sehen wir wieder recht gut aus hier was ich auch noch brauche ist ein Bottich mit Wasser da kann ich mich auch schon mal waschen ich muss mal gucken ob ich im Haus noch nein ich muss Häuser bauen ich muss ja Leute einstellen so langsam ob ich hier noch Essen drin habe ich glaube aber nicht doch gebratenes Fleisch ich gucke an das ist auch schon am kaputt gehen also wenn man Unterholzschaufel haben wir auch hier noch den nehmen wir auch mit hier Sperre würde ich dann auch mitnehmen und den Dung den würde ich aber nicht unbedingt herkommen die Hacke brauche ich jetzt im Moment auch nicht mehr den Hammer lasse ich mal drin wiegt eins ne mache ich es auch weg die Holzschaufel brauche ich auch zweimal die Sperre natürlich die brauchen wir mal den Stamm die Stämme machen wir auch hier rein Karotensamen das gehört alles nicht hier rein das hier ist nix das hier ist gar nix sind die Balladen ja macht doch nix da habe ich die ganzen Spitzhacken drin liegen die Idiot Entschuldigung ich wollte mich nicht beleidigen wir haben noch Trockenfleisch nehmen wir auch mal rüber da gehen wir noch schnell auf die Jagd gucken dass wir noch was zum Futtern bekommen und das hier machen wir jetzt erstmal hier ins Lager bin mal gespannt ob wir da nicht irgendwann Platzprobleme bekommen ich muss gucken aber Baumaterial brauche ich ja noch habe ich ja einiges hier drin das muss ich dann irgendwann auch mal rausnehmen was haben wir hier tausend so jetzt noch mal die Federn das Fleisch die das Säckchen kann rüber die Holzhacke kann rüber der Hammer kann rüber die Schaufeln können rüber Speere nehmen wir mit die Stämme können rüber Karottensamen Kohlsamen Stein Steinachs nehmen wir mal mit das Messer auch das müssen wir haben zum Steinspitzhacken brauchen wir jetzt im Moment auch keine Stöcke natürlich weg Trockenfleisch das werden wir gleich essen Nahrungsmittellager da gehört das hin ah okay gut wir sind jetzt im Moment sehr gut aufgestellt also wir nehmen noch ein Laufen runter nehmen noch ein bisschen Strom mit und gehen auf die Jagd sobald das so weit ist bin ich wieder da bis gleich so wir sind zumindest mal im Jagdgebiet des Fuchses aber im Dunkeln ist das natürlich nicht so schön natürlich wäre mir ein Hirsch oder beziehungsweise ein Rehe lieber bringt richtig gut Fleisch und ja das ist nicht so gut also grundsätzlich schon weil es bringt auch Fleisch aber die Wahrscheinlichkeit dass wir hier sterben ich habe aber schnell gespeichert weil ich das Tier nicht sehe wo bist du ich habe dich gehört weil nächste Jahreszeit obwohl es ist noch es ist noch ich sehe gerade ich habe ja noch Zeit sehe ich ja jetzt erst da ist das Schweinchen oh oh die Wehre habe ich fünf Stück wo ist es hin oh ja Glück gehabt bisschen Leben haben wir müssen Opfern Steinmesser war auf der sieben glaube ich oh da ist noch eins neues Level jagen noch eins wäre natürlich auch gut aber es ist dunkel speichern wir haben das überlebt dann können wir speichern und noch eins wäre natürlich nicht schlecht ich habe nur noch zwei Speere oh 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 nein 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 dann sollten wir uns zuerst mal noch ein Speer bauen ja es ist gut wenn man es ein mal mindestens trifft wo fällt er hin einmal gestorben dadurch so Stamm ah Stock nehmen wir dann auch mit dann noch einer ja so dann bauen wir Speere sorry das ist jetzt dunkel ich verstehe das ist nicht so gut aber bauen wir eben die Speere und dann gehen wir noch mal auf die Jagd das gehört wo ist er da volltreffer das ist ja ein Ding ah mein Speer genau den nehmen wir wieder mit so jetzt haben wir wieder jede Menge Fleisch der Vorricht ein Gebäude Scheune der Scheune können wir glaube ich unsere eigenen Samen nachher herstellen wir sind schmutzig ok ich laufe dann jetzt nach Hause hofft lasse ich jetzt stehen die Bäume können auch liegen bleiben fahren nochmal laufen mal kurz durch das Wasser laufen nach Hause braten das Fleisch noch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am nächsten Tag wieder bedanke mich fürs zugucken ciao